So, wir begrüßen heute im Sender Dr. Fronhofen, Chef der Geniatrie in Essen-Mitte und wir haben ein Seminar hier auf Gran Canaria und in diesem Seminar geht es um den Umgang mit alten Menschen. Herr Dr. Fronhofen, was sagen Sie zu diesem Thema? Das heißt, was können Sie unseren Hörern erzählen? Ganz, ganz wichtig, Alter ist nicht Krankheit. Entscheidend ist gesund und fit alt zu werden und darüber haben wir gestern den ganzen Tag uns unterhalten. Tipps sind weitergegeben worden. Wir haben diskutiert miteinander, wie man gesund alt wird und das Entscheidende ist eben aktiv bleiben, Aktivität in sein Leben einbauen, spielen, tanzen, Musik hören, Gesellschaft, Geselligkeit. Ganz wichtig und das wird auch häufig vergessen, wenn wir älter werden, wenn der Körper nicht mehr so kann, wie er will, der Geist bleibt oft ganz aktiv, ganz frisch und das müssen wir im Umgang mit älteren Menschen immer mit berücksichtigen, dass wir die Bedürfnisse erkennen, darauf eingehen, Respekt, Rücksicht im Umgang mit alten Menschen in unser alltägliches Leben und Handeln einbauen. Untertitelung des ZDF, 2020